Ja, ich, äh, weißt du, wie das funktioniert? Ich hab mich damit noch nicht ganz auseinandergesetzt. Nö. Deswegen ist es, also ich weiß, das, äh, moderier erstmal an und dann gucken wir mal. Ja, das mach ich. Hallo Freunde und herzlich willkommen, äh, ich fahr. Äh, bei Let's Play, äh, Rocket League mit Burning Diesel. Sehr schön, der war gut, oder? Ja, ich krieg hier direkt die Anzeige, dass mein Dualstock recht leer ist, sauber. Nicht vorbereitet hier, schlecht vorbereitet für die Aufnahme. Das ist, glaube ich, scharf, scheiße. Nö. Alter. So ein Arsch. Ja, jetzt ist ein bisschen alles anders hier bei der Rangliste. Wollten wir mal so erwähnt haben. Ja, und zwar geht's jetzt nicht mehr nach Sieg und Niederlage, sondern auch irgendwie nach Steak. Wie man diese aber erreicht und wie man damit auf- oder absteigt, ist, äh, uns leider noch ein Rätsel. Ja, und das ist noch nicht uns bekannt. So was denn die hier rum? Ja, uns ist ja genau, ne? Oh, schade. Schade, schön geschossen. Ja, ich weiß, ich übe ja. Ich bin ja immer noch in der Übung. Ne, und ich hab das Gefühl, ich werde von Match zu Match besser. Ja, das ist so wie es eine Rakete, wirst du irgendwo sein. Das sah doch gut aus. Na, kommt der noch mal? Na, der hat mich geschubst. Ich würde mir ja fast wünschen, dass er da noch mal kommt, so ein bisschen, so, aber nur ein bisschen. Na, na, na? Ich hab ihn mal rennen. Ja, na, nee. Nee. Nicht ganz. Och, Mann. Das war auch gar nicht so gut. Na, auf jeden Fall ist das jetzt gestaffelt, äh, ja, wie ist das jetzt gestaffelt? Das war schon der Scheiße. Das war herausfordernd, aber um sowas alles, ne? Ja, es ist jetzt, ich bin jetzt herausforderer 2, was das noch im Einzelnen heißt, weiß ich leider nicht. Ja, schon, ich hab mich lange aufgekriegt, nachdem ich, nachdem ich ein Match aufgegeben habe. Ja. Ich bin da auch sehr schlecht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Och, jetzt aber wieder nicht, ist doch nicht. Habe ich dir noch einen mitgegeben oder so? Ja. Macht aber nichts, hat alles gepasst. Irgendwie passt das hier, das ist alles nicht so. Sehr schön, Muggi. Ach, was war das denn? Bitte. Nein. Dann hättest du das verrutscht. Kommst du klar, eben? Dann kann ich jetzt mal die Dio sitzen. So. Ja, ich komm gleich. Gut. Wir müssen hier was machen. Komm jetzt. Komm, mach jetzt einen. Komm. Ach. Du, bringst du nochmal? Ja, ich probier's. Das ist meine, Alter. Wiese? Jawoll, Alter. Ich war da, ich war da. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Schönes Tor. Ich wusste nicht, irgendwie, da kam so komisch gepflicht. Da war ich. Da war ich. Ich hätte gemacht, ich hätte ihn gemacht. Sehr gut. Ja, ich war da, ich hab ihn irgendwie noch gekitzelt, in mir so mit meinen Bart Haaren vorne. Ja, auch mit meinem Bart, ja. Jawoll. Warum geht er nicht rein? Weiß ich nicht. Ja, hat er gehalten? Nee, wie ich gedacht habe. Achso. Na? Zauber, Muggi. Kommt der? Oh. Oh. Nein, 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 nein. Oh, schade. Ach. Mensch. Oh. Ich hab boostvoll. Ui. Ja, äh. Mach. Ich hab boostvoll aufgedankt. Du brauchst jetzt auch. Ui. Ja, hab angefangen. Sehr schön. Gib mir noch einen mit. Ja. Kommt gut, Alter. Ja, ich hab einen von dem Moment, du. Ui. Ach, schade. Er ist nur hoch. Ja, da ist er eigentlich auch. Die lassen nur nach oben. Echt? Na ja, nur so ein bisschen so. So ein bisschen Antigene. Sehr schön. Hast du gut gemacht, Dieselchen. Ja, ne? Kriegst du noch einen Mittag? Ja. Oh, der kommt gut. Ui. Ja, so geht's. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön reingespielt. Hast du nun schon gut verwandelt? Vor allem schön vorbeigedittelt da. Jamal, das junge. Hm. Und das ist aber besiegelnden. Ich bleibe mal hinten hier Vorsitzender. Auf dem Boost Point. Komm und nachsetzen. Oh, immer weiß. Ja. schade so diese ganz einfaches Spiel ist das hier so soll es sein so ich da hinten da kann man hier die geben schon auf hier dort ist nicht noch mit den jungs am ping kann es nicht liegen also das habe ich schon mal wer weiß was mit dem gegner los war der gegner ist fassungslos ich weiß auch nicht was mit dem irgendwie ich weiß ich versuchen die abzustimmen ob sie aufgeben oder so ich bin mir nicht sicher die schöne die luft vielleicht haben wir auch unsere namen gegoogelt haben gesehen für die haare und gemerkt hat keinen sinn ja das kann natürlich sein soll ich probieren wir noch ein märz gut ja und den hat er gehalten war völlig ungewollt die Wanne Räume der Scheiße ich muss ja wegschieben na los ich will so kriegen Werder fehlt auch der in Laden ja wir sehen wenn wir noch drei ich bin da aufgestiegen ich bin jetzt herausfordernd ja also wunderbar das ist ja alles anders jetzt neuerdings nichts mehr mit Silber, Bronze, Gold und so das haben sie alles geendet ach ich bin aufgesteigt Mucki schön ich nicht den Diesel Junge ja ne du nicht du mit deinen 550 Punkten äh ach äh nächste Runde Fresse Mucki jetzt reicht's ja wohl ne ja ein bisschen ein bisschen belacken schade ach ja ich will hier nochmal einen Schluck aus meinem Hopfensmoothie genommen oh Hopfensmoothie ist das eine gute Idee ja ich kann da auch nochmal einen schönen Schluck ja und dann äh dann hab ich auch vergeicht oh ich auch oh ich auch ich nochmal ja oh hab ich den gerettet oder wat alter so und jetzt gleich konnte er hier konnte oh oh mein Gott schade ich war ja noch ein Ficht ey oh nein ach ehrlich ehrlich ich dachte ja man nee es äh ich wollte eigentlich aber irgendwie ja ja will er mich rollen oder was lecks sorry Diesel könntest du den bitte melden ja welcher Terror das ist Psychoterror der hier veranstaltet wird und da wir jetzt in der Falle sind zart beseitigt sind Alltag gibt er mich hier oh nein der war gut dieser ja ne oh der war auch nicht schlecht Mugi weil ich zaubereit von ich kriegte ja ich sollte mich mal wieder aufrichten hier ein mach genau gibt es hier noch einen hinterwart hier gehen wir noch einen kleinen oh doch nicht reicht aber ja ja ich hab ihn hier ich muss ja mal klar Flagge zeigen hier auch wenn das klar machen auch wenn das mehr so mehr so ein Glücksding war so ein bisschen ja ja so ne ja denn der heißt der wirklich Allah da drüben Allah Shelter oh alter Mugi was war los ich weiß nicht genau das gibt's doch nicht bin ich da echt vorbeigesprungen normal oh mhm tölle Allah 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 oh ne das war so nicht geplant hup hup oh ui 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 tiffi ui 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 hab ich sehr gut oh der kommt gut alter scheiße da war es was wollte der hier so jetzt aber und und dieser traubding für dich jetzt aber ja schön diese ja sauber alter schön das denk nö 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 das war hier guck mal da alles berechnet alles berechnet hast du gesehen wie ich ihn da ausgedribbelt hab da eben du ich einfach mal eiskalt stehen geblieben da einfach mal stehen geblieben und ich hab ihn auch nicht gesehen weißt du ich hab einfach bloß geraten wer kam denn da angeflogen wer war denn das wer wollte wer wollte mit denen da vor der nase wegschnappen ich wollte den streitig machen ja ja das hab ich gesehen na na komm der war gut geflogen der war richtig gut der sah wirklich gut aus aber nur zu kurz nur ein bisschen ne der hatte genau gepasst oh der war auch schön ich hab mir den boost das ist nicht schlimm das kommt ja einfach bei dir ja ab und an habe ich da mal so dunkle moment sehr schön gemacht irgendwie doch das kommt ja da war er wirklich eher dran schön diesel genauso muss hat ich weiß ja was scheiße zu nehmen aber auch das darf einen richtigen ich kämpfe wie ein lüge und das war scheiße ich bin ganz schön 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 gemacht oh oh fuck der ging auf mich so ein bisschen klagen wir na konntest du nicht sicherer oder oder ich guck mal ja doch der wie auf dich ups kein problem ne ich war das war ein bisschen Standardspruch von den Losern im Ende kann das sein so ein bisschen habe ich so ja das muss früher kommen sonst bin ich dazwischen zur Torrettung oh richtig gut habe ich habe ich habe ich ach so ja die ja ihr noobs geil alter ja komm noch ein klein ach schade ich habe kein kurum na mach den rein ja wohl Junge wiii danke herrlich schön danke schön danke schön also ich liebe es wenn sich das spiel selbst erledigt ja man muss man halt abwarten wie Dinge passieren der schuss alter ist nur falsche richtung für ihn jetzt ja definitiv schade du mich das gewusst hätte dann wäre ich da jetzt aber noch mal hin habe ich dabei noch mal oh ich habe eine Bastenbütze oh ich habe mir die Kippe bei das Auge gedrückt zum zweiten Mal ja zum zweiten Mal wäre schön wenn wir noch mal eins draufsetzen jetzt hier ne ja jetzt das Fahrrad machen wir hier den Fahrerflüchte das hat er aber allerdings auch gespielt muss ich sagen also wie so ein Fahrerflüchter naja Allah Zelta auch wann jetzt nicht ich sag mal man konnte bei den beiden sehen da ist Licht an aber keiner ist zu Hause meint ihr aber das Licht angelassen und beim weggehen oder was nein oh nein also ich glaube hier ist eine Niederlage vorprogrammiert nein Muggi das heute kann uns hier nichts gar nichts das Rechner passieren kommst du ja nur in die Falschrichtung glaube ich der geht wohl auf meine ach können sie nicht ach Gott hier hat ein Geschenk ach nö ach komm ja nein Muggi ist vorbeigesprungen ja hab ich gesehen nicht gesehen ihr seid doch froh oh oh jö 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 erst mal einen mitgeben noch ja ach shit ich hab ihn nicht mehr getroffen ey schade weil ich ein little bit too fast to feel this zack schönes Ding man kann er nicht kann er immer noch nicht oh das gibt's doch nicht bitte so eine Flasche diese Leute die war gar nicht so einfach ey das ist das war gar nicht so einfach das ist die Flasche oh man wieso kommt der Diddl da ran ey das begreife ich schon noch nicht ich geh mir noch ein das war flaschenartig ich dachte du gibst wieder einen rein hier das ist doch gemacht oder war nur vor kurzer Dauer das wäre ein Prozess ne schön diese hat gut vorgelegt ne aber wundervoll ich hätte den sonst nie so gut raushauen können ach bitte hä ja irgendwie äh weiß er nicht marin jawohl der kam er noch dran Junge kam er noch dran hat nämlich den Einzittel alter die musste sich da ein bisschen aus dem Weg räumen da hinten ne und dann lief das eigentlich kein Problem für Burning Diesel 200 wie schnell war er 50 weiß er nicht auf jeden Fall ein Granätchen wie man so schön grüße von Muggi und grüße von Diesel was wie jetzt alter hab ich gar nicht mehr hingeguckt weil das für mich ein todsicheres Ding war hier hat er den rausgekriegt Aua du Arsch Alter so da könnt ihr so ein Mutti auf freier Wildbahn euch anklicken und dann kommt so ein Ding zurück hehehe naja genau ach so ach ey ich krieg hier nix nachgesetzt ne sauer alter hat er mich gekickt schönes Ding von mir geht der jetzt auch rum ne der Megat ich bin meinem Controller ach so oh den hab ich noch gar nicht angeschlossen hol den da raus hast du nicht angeschlossen ne ich hab noch nicht angeschlossen ah dazwischen die Lacken oh 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 sehr gut ja ich weiß ich hol boost ach da ja oh ne wie eine runde durchs tor das tor ist groß ja mhm wo soll er denn guck mal guck mal ah mhm wo soll er denn guck mal guck mal oh ne ja oah wa teintzweig hasst's auch weggebasht, da muss ich ja sagen. Meine Herren. Na, hat sie ein bisschen besorgt. Ein bisschen? Bäm, Alter. Das sah mir gut aus. Beide fliegen da ran, Junge. Wie die Adler. Ja, nur die vergessen immer, gegen wen sie dann spielen. Ja. Ach, schade. Haben sie die Rechnung aber nicht mit uns gemacht. Oh, weg. Bup, Bup. Oh, schade. Das ist jetzt wirklich schön. Ich kann sie holen, den Boost. Gut, ja, ich wollte gerade darauf verzichten, weil ich dich gesehen habe. Und jetzt haben wir den Salat. Null, das glaube ich nicht. Zack. Oh, Entschuldigung. Das war mal eine glatte Nullnummer von denen. Komm, Mugi. Oh, 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 oh. Schade, schade. Ich bin heiß, ich bin heiß. Ich habe Bock auf mehr. Ja, wir haben das Tripple gerade gewonnen. Ja, und ja, wir sind doch schon wieder am Ende der Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hat mitgefiedert und wir werden das fortsetzen in der nächsten Folge. Bleibt dran. Gebt ein Deutsch. Sehr gerne. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.